Dracula von Bram Stoker Heute Kapitel 15 Dr. Seward's Tagebuch Fortsetzung Für eine Weile beherrschte mich der schiere Zorn. Es war, als hätte er Lucy ins Gesicht geschlagen, während sie noch lebte. Ich schlug hart auf den Tisch und erhob mich, als ich zu ihm sagte, »Dr. Van Helsing, sind Sie verrückt?« Er hob den Kopf und sah mich an, und irgendwie beruhigte mich die Zartheit seines Gesichtes sofort. »Wäre ich das nur,« sagte er, »Verrücktheiten wären im Vergleich zu solchen Wahrheiten leicht zu ertragen. Oh, mein Freund, warum denken Sie, bin ich so weit herumgegangen? Warum dauert es so lange, eine so einfache Sache zu erzählen? War es, weil ich sie hasse und sie mein ganzes Leben lang gehaßt habe? War es, weil ich ihnen Schmerzen bereiten wollte? Wollte ich mich, jetzt so spät, für die Zeit rächen, als Sie mir das Leben gerettet haben und vor einem furchtbaren Tod? Aber nein!« »Verzeihen Sie mir,« sagte ich. Er fuhr fort, »Mein Freund, es war, weil ich Sie auf sanfte Weise gewinnen wollte, denn ich weiß, daß Sie diese so liebe Dame sehr gemocht haben. Aber selbst jetzt erwarte ich nicht, daß Sie mir glauben, es ist so schwer, eine abstrakte Wahrheit auf einmal zu akzeptieren, so lange wir daran zweifeln können, daß sie möglich sei, gerade, wenn wir immer an Ihre Unmöglichkeit geglaubt haben.« »Es ist noch schwieriger, eine so traurige, konkrete Wahrheit zu akzeptieren, und das von einem Menschen wie Miss Lucy. Heute Abend gehe ich hin, um es zu beweisen. Wagen Sie es, mit mir zu kommen?« Das erschütterte mich. Niemand mag es, eine solche Wahrheit zu beweisen. Byron nahm davon eine Kategorie aus, Eifersucht, und Beweis die Wahrheit ihm selbst zumeist verhaßt. Er sah mein Zögern und sprach, »Die Logik ist einfach, diesmal nicht die Logik eines Verrückten, der in einem nebligen Moor von Büschel zu Büschel springt.« »Wenn es nicht wahr ist, dann wird der Beweis eine Erleichterung sein. Im schlimmsten Fall wird es nicht schaden. Wenn es wahr ist. Ah, das wäre das Grauen! Doch selbst der größte Schrecken sollte meiner Sache helfen, denn dafür ist ein gewisses Maß an Glauben nötig. Kommen Sie, ich sage Ihnen, was ich vorhabe. Erstens, daß wir jetzt losgehen und dieses Kind im Krankenhaus besuchen. Dr. Vincent vom Krankenhaus Nord, wo das Kind laut den Zeitungen liegt, ist ein Freund von mir, und ich denke an Sie, seit Sie in Amsterdam in meinem Kolleg waren. Er wird zwei Wissenschaftler seinen Fall sehen lassen, wenn er nicht zwei Freunde zulaßt. Wir werden ihm nichts sagen, sondern nur, daß wir lernen wollen. Und dann?« »Und dann?« Er nahm einen Schlüssel aus seiner Tasche und hielt ihn hoch. »Und dann verbringen wir, Sie und ich, die Nacht auf dem Friedhof, auf dem Lucy liegt. Das ist der Schlüssel, der das Grab verschließt. Ich habe ihn von dem Sargmann, um ihm Arthur zu geben.« Mein Herz sank mir im Leib, denn ich spürte, daß eine schreckliche Tortur vor uns lag. Aber was konnte ich tun? Also nahm ich mein Herz und sagte, wir sollten uns beeilen, da der Nachmittag verging. Wir fanden das Kind wach vor. Es hatte geschlafen und etwas gegessen, und alles in allem ging es gut voran. Dr. Vincent nahm den Verband von seinem Hals und zeigte uns die Einstiche. Die Ähnlichkeit mit denen, die sich an Lucys Kehle befanden, war nicht zu übersehen. Sie waren kleiner, und die Ränder sahen frischer aus. Das war alles. Wir fragten Vincent, wem er sie zuschreibe, und ihr antwortete, daß es ein Biß irgendeines Tieres gewesen sein müsse, vielleicht eine Ratte, aber seinerseits neigte er dazu, zu glauben, es sei eine der Fledermäuse, die auf den nördlichen Höhen Londons so zahlreich sind. Von so vielen harmlosen Exemplaren, sagte er, könnte es einige wilde Exemplare einer bösartigeren Art aus dem Süden geben. Ein Seemann hat vielleicht einen mit nach Hause gebracht, und es ist ihr gelungen zu entkommen, oder sogar aus dem zoologischen Garten hat sich ein Jungtier losgerissen, oder es wurde dort von einem Vampir gezüchtet. Diese Dinge kommen vor, wissen Sie? Erst vor zehn Tagen ist ein Molf ausgerissen und wurde, glaube ich, in dieser Gegend aufgespürt. Eine Woche lang spielten die Kinder in jeder Gasse nichts anderes als Rotkäppchen auf der Heide, bis diese holde Dame auftauchte, und seitdem ist eine ziemliche Festzahl für sie. Sogar dieser arme kleine Winzling fragte, als er heute aufwachte und die kranken Schwester, ob er weggehen dürfe. Als sie ihn fragte, warum er fortgehen wolle, sagte er, er wolle mit der Holden Lady spielen. »Ich hoffe,« sagte Van Helsing, »daß Sie, wenn Sie das Kind nach Hause schicken, es seiner Eltern ermahnen würden, streng über es zu wachen. Diese Streunereien sind sehr gefährlich, und wenn das Kind noch eine weitere Nacht wegbleiben würde, wäre das wahrscheinlich tödlich. Aber auf jeden Fall nehme ich an, daß Sie es für einige Tage nicht weglassen werden. Sicherlich nicht, zumindest nicht für eine Woche. Länger, wenn die Wunde nicht verheilt ist.« Unser Besuch im Krankenhaus nahm mehr Zeit in Anspruch, als wir auf Warte traten, und die Sonne war schon runtergegangen, bevor wir herauskamen. Als Van Helsing sah, wie dunkel es war, sagte er, »Wir haben keine Eile. Es ist später, als ich dachte. Kommen Sie, lassen Sie uns einen Ort suchen, an dem wir essen können, und dann machen wir uns auf den Weg.« Wir speisten im Jackstraw-Castle zusammen mit einer kleinen Schar von Radfahrern unter andern, die einen belebenden Lärm machten. Gegen zehn Uhr starteten wir vom Gasthaus aus. Es war da schon sehr dunkel, und die verstreuten Lampen machten die Dunkelheit größer, wenn wir uns einmal außerhalb ihres jeweiligen Radius befanden. Der Professor hatte offenbar den Weg, den wir gehen sollten, notiert, denn er ging ohne Zögern weiter. Was mich betrifft, so war ich in Bezug auf die Örtlichkeit ziemlich verwirrt. Als wir weitergingen, trafen wir immer weniger Leute, bis wir schließlich etwas überrascht waren, als wir sogar die Patrouille der Pferdepolizei trafen, die ihre übliche Vorstandrunde machte. Endlich erreichten wir die Mauer des Friedhofs, die wir überkletterten. Mit einigen kleinen Schwierigkeiten, denn es war sehr dunkel, und der ganze Ort kam uns so fremd vor, fanden wir die Gruft der Westenra. Der Professor nahm den Schlüssel, öffnete die knarrende Tür, und als er höflich, aber ganz unbewußt zurück trat, forderte er mich, auf ihm vorauszugehen. Es lag eine delicate Ironie in dem Angebot, in der Höflichkeit bei einer so grässlichen Gelegenheit den Vortritt zu lassen. Mein Begleiter folgte mir schnell und zog vorsichtig die Thüren zu, nachdem er sich sorgfältig vergewissert hatte, daß es sich bei dem Schloß um ein Fallendes und nicht um ein Fehlernes handelte. Im letzteren Fall wären wir vielleicht in eine schlechte Lage geraten. Dann fummelte er in seiner Tasche, nahm eine Streichholzschachtel und ein Stück Kerze heraus und entzündete ein Licht. Das Grab hatte tagsüber, auch wenn es mit frischen Blumen begrenzt war, düster und grauenvoll genug ausgesehen. Aber jetzt, einige Tage später, als die Blumen schlaff von Tot herniederhingen, ihr weiß sich in Rost und ihr grün in braun verwandelte, als die Spinne und der Käfer ihre gewohnte Herrschaft wieder aufgenommen hatten, als der verwerbte Stein und der staubverkrustete Mörtel und das verrostete feuchte Eisen und das matte Messing und die getrübte Versilberung den schwachen Schimmer der Kerze zurückwarfen, war die Wirkung elender und schäbiger, als man sich hätte vorstellen können. All das vermittelte unwiderstehlich die Idee, daß das Leben, das Tierleben, nicht das einzige ist, was vergehen kann. Van Helsing ging seine Arbeit systematisch an. Er hielt seine Kerze so, daß er die Salkplatten lesen konnte, und hielt sie so, daß das Wachs in weißen Tropfen fiel, die bei Berührung des Metalls erstarrten. So versicherte er sich des Sorges von Lucy. Eine weitere Durchsuchung seiner Tasche, und er holte einen Schrauber heraus. »Was werden Sie tun?«, fragte ich. »Den Salk öffnen, Sie werden noch überzeugt werden.« Sofort begann er, die Schrauben herauszunehmen, und hob schließlich den Deckel ab, unter dem sich das Gehäuse aus Blei befand. Der Anblick war fast zu viel für mich. Es schien ein ebenso großer Affront gegenüber der Toten zu sein, wie wenn wir sie im Schlaf bei lebendigem Leib ausgezogen hätten. Ich ergriff sogar seine Hand, um ihn aufzuhalten. Er sagte nur, »Sie werden schon sehen«, und wiederholte er in seiner Tasche, kramend, eine winzige Laubsäge heraus. Als er die Drehschraube mit einem schnellen Stich nach unten durch die Führung schlug, was mich zusammenzucken ließ, machte er ein kleines Loch, das jedoch groß genug war, um die Spitze der Säge einzuführen. Ich hatte ein Rauschen von Gas von der eine Woche alten Leiche erwartet. Wir Ärzte, die wir die Gefahren unseres Berufes studieren mußten, müssen uns an solche Dinge gewöhnen, und ich zog mich zur Tier zurück. Aber der Professor hielt keinen Augenblick inne. Er sägte ein paar Meter entlang der einen Seite des Bleisarges und dann quer auf der anderen Seite hinunter. Er nahm den Rand des losen Spurkranzes, bog ihn zum Sargfuß hin zurück, hielt eine Kerze in die Öffnung und veranlaßte mich zu schauen. Ich näherte mich und sah hin. Der Sarg war leer. Das war eine enorme Überraschung für mich, und ich war sehr schockiert, aber von Helsing war nicht betroffen. Er war sich seine Sache nun sicherer denn je, und so sprach er sich zu, seine Aufgabe fortzusetzen. »Sind Sie jetzt zufrieden, Freund John?« fragte er. Er wachte die hartnäckige Streitzucht meines Wesens in mir, und ich antwortete, »Ich bin zufrieden, daß Lucys Leiche nicht in diesem Sarg liegt, aber das beweist nur eines.« »Und was ist das, Freund John?« »Daß sie nicht da ist.« »Das ist soweit eine gute Logik«, sagte er. »Aber wie erklären Sie, wie können Sie erklären, daß sie nicht da ist?« »Vielleicht ein Leichenräuber«, schlug ich vor. »Einige Leute des Bestatters könnten Sie gestohlen haben.« »Ich hatte das Gefühl, daß ich dummes Zeug redete, und doch war dies die einzige realistische Ursache, die ich anführen konnte.« Der Professor seufzte. »Na ja«, sagte er, »wir brauchen mehr Beweise. Kommen Sie mit mir.« Er setzte den Sargdeckel wieder auf, sammelte alle seine Sachen zusammen und legte sie in die Tasche, bließ das Licht aus und legte die Kerze ebenfalls in die Tasche zurück. Wir öffneten die Tür und gingen hinaus. Hinter uns schloß er die Tür und verwickelte sie. Er gab mir den Schlüssel und sagte, »Behalten Sie ihn? Sie wären sicherer.« Ich lachte. Es war aber kein sehr fröhliches Lachen, muß ich sagen, als ich ihn bat, ihn zu behalten. »Ein Schlüssel bedeutet nichts«, sagte ich, »es gibt viele Duplikate, und es ist ohnehin nicht schwer, ein solches Schloß zu knacken.« Er sagte nichts, steckte aber den Schlüssel in seine Tasche. Dann sagte er mir, ich solle auf der einen Seite des Friedhofs Wache halten, während er sich auf der anderen Seite postieren würde. Ich nahm meinen Platz hinter einer Eibe ein, und ich sah, wie sich seine dunkle Gestalt bewegte, bis die dazwischenliegenden Grabsteine und Bäume ihn vor meinen Blicken verborgen. Es war eine einsame Nachtwache. Kurz nachdem ich meinen Platz eingenommen hatte, hörte ich in der Ferne eine Uhr zwölf schlagen, und mit der Zeit kamen eins und zwei. Ich hatte mich beruhigt und war entnervt und wütend auf den Professor, weil er mich auf ein solches Geschäft mitgenommen hatte, und auf mich selbst, weil ich mitgekommen war. Ich war zu schläfrig, und mir war zu kalt, um genau beobachten zu können, aber nicht schläfrig genug, um das in mich gesetzte Vertrauen zu mißbrauchen, so daß ich insgesamt eine trostlose, miserable Zeit hatte. Plötzlich, als ich mich umdrehte, glaubte ich, etwas wie einen weißen Streifen zu sehen, der sich zwischen zwei dunklen Eibenbäumen an der vom Grab am weitesten entfernten Seite des Friedhofs bewegte. Zur gleichen Zeit bewegte sich eine dunkle Masse von der Seite des Professors vom Boden weg und eilte auf ihn zu. Dann bewegte auch ich mich, aber ich mußte um Grabsteine und verwahrloste Gräber herumgehen, und über andere Gräber stolperte ich. Der Hebel war bedeckt, und irgendwo weit weg kräht ein früher Hahn. Etwas abseits, jenseits einer Linie verstreuter Wacholderbäume, die den Weg zur Kirche markierte, huschte eine weiße, schummrige Gestalt in Richtung des Grabes. Das Grab selbst war von Bäumen versteckt, und ich konnte nicht sehen, wo die Figur verschwunden war. Ich hörte plötzlich das Rascheln von einer Bewegung dort, wo ich die weiße Figur zum ersten Mal gesehen hatte, und daß ich herüberkam, fand ich den Professor, der ein winziges Kind im Arm hielt. Als er mich sah, hielt er es mir entgegen und sagte »Sinnen Sie jetzt zufrieden?« »Nein«, sagte ich auf eine Art und Weise, die ich selbst als aggressiv empfand. »Sehen Sie das Kind nicht?« »Ja, es ist ein Kind, aber wer hat es hierher gebracht? Und ist es verwundet?« fragte ich. »Wir werden sehen«, sagte der Professor, und auf einen gemeinsamen Impuls hin nahmen wir unseren Weg aus dem Kirchhof heraus. Der Professor trug das schlafende Kind. Als wir ein wenig Abstand gewonnen hatten, gingen wir in eine Baumansammlung, schlugen ein Streichholz und sahen dem Kind auf die Kehle. Es war ohne Kratzer oder irgendeine Narbe. »Hatte ich recht?« fragte ich triumphierend. »Wir kamen gerade noch rechtzeitig,« sagte der Professor dankbar. Wir mußten nun entscheiden, was wir mit dem Kind machen wollten, und berieten uns deshalb darüber. Wenn wir es auf ein Polizeirevier bringen würden, würden wir über unsere Aktionen in der Nacht Rechenschaft ablegen müssen. Zumindest hätten wir eine Erklärung darüber abgeben müssen, wie wir das Kind gefunden haben. So beschlossen wir schließlich, daß wir es in die Heide mitnehmen würden, und wenn wir einen Polizisten kommen hörten, würden wir es dort lassen, wo er es unbedingt finden müßte. Wir würden dann so schnell wie möglich unseren Heimweg suchen. Alles sah gut aus. Am Rande von Hampstead Heath hörten wir den schweren Tritt eines Polizisten, und nachdem wir das Kind auf den Weg gelegt hatten, warteten wir und beobachteten, bis er es sah, während er seine Laterne hin und her schwenkte. Wir hörten seinen Ausruf der Verwunderung, und dann gingen wir schweigend weg. Durch einen günstigen Zufall bekamen wir eine Droschke in der Nähe des Spaniards und fuhren in die Stadt. Ich kann nicht schlafen, also mache ich diesen Eintrag. Aber ich muß versuchen, ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, denn Van Helsing will mich mittags abholen. Er besteht darauf, daß ich mit ihm auf eine andere Expedition gehe. 27. September Es war zwei Uhr, als wir eine geeignete Gelegenheit für unseren Versuch fanden. Das Begräbnis, das Mittag stattgefunden hatte, war abgeschlossen, und die letzten Nachzügler der Trauernden hatten sich träge davon gemacht, als wir hinter einem Erlenhain genau hinsahen und bemerkten, wie der Küster hinter sich das Tor verschloss. Wir wußten, daß wir bis zum Morgen sicher waren, wenn wir es wollten, aber der Professor sagte mir, daß wir nicht mehr als höchstens eine Stunde benötigen würden. Wieder füllte ich diesen schrecklichen Sinn für die Realität der Dinge, in der jede Anstrengung der Phantasie fehl am Platz schien, und ich erkannte deutlich die rechtlichen Risiken, die wir in unserer unheiligen Arbeit auf uns nahmen. Außerdem hatte ich das Gefühl, daß das alles nutzlos war. So ungeheuerlich es war, einen bleiernden Sarg zu öffnen, um zu sehen, ob eine Frau, die fast eine Woche tot war, wirklich tot sei, schien es nun der Gipfel der Torheit zu sein, das Grab wieder zu öffnen, wenn wir durch den Beweis unseres eigenen Augenlichtes wußten, daß der Sarg leer war. Ich zuckte jedoch mit den Schultern und blieb stumm, denn von Helsing hatte eine Art, seinen eigenen Weg zu gehen, egal, wer protestierte. Er nahm den Schlüssel, öffnete die Gruft, und forderte mich erneut, höflich auf, vorauszugehen. Der Ort war nicht so schaurig wie gestern Abend, aber, oh, wie unsäglich gemeint sah er aus, als die Sonne hereinströmte! Van Helsing ging ich hinüber zu Lucies Sarg, und ich folgte ihm. Er bückte sich immer wieder und drückte den bleiernden Gurt zurück, und ein Schlag von Überraschung und eine Bestürzung schaß durch mich hindurch. Da lag Lucie, anscheinend genau so, wie wir sie am Abend vor ihrer Beerdigung gesehen hatten. Sie war, wenn überhaupt möglich, strahlend schöner denn je, und ich konnte nicht glauben, daß sie tot sei. Die Lippen waren rot, nein, röter als zuvor, und auf den Wangen war eine zarte Blüte zu sehen. »Ist das ein Betrug?« fragte ich ihn. »Sind Sie jetzt überzeugt?« zeigte der Professor als Antwort, und während er sprach, legte er die Hand über die Tote und in einer Weise, die mich erschrecken ließ, zog er die leblosen Lippen zurück und zeigte die weißen Zähne. »Sehen Sie«, fuhr er fort, »sie sind noch scharfer als zuvor. Mit diesen und diesem, und er berührte einen der Eck Zähne und den darunterliegenden, können die kleinen Kinder gebissen werden. Glauben Sie jetzt, Freund John?« Einmal mehr erwachte in mir eine ideelle Gegnerschaft. Ich konnte eine so überwältigende Theorie, wie er sie vortrug, nicht annehmen. Mit einem Argumentationsversuch, für den ich mich augenblicklich sogar schämte, sagte ich also, »Vielleicht ist sie seit gestern Abend hierher gebracht worden.« »Tatsächlich?« »Wäre es so, dann von wem?« »Ich weiß es nicht. Jemand hat es getan.« »Und doch ist sie seit einer Woche tot. Die meisten Menschen würden nach solcher Zeitspanne nicht so aussehen.« Ich hatte darauf keine Antwort, also schwieg ich. Van Helsing schien mein Schweigen nicht zu bemerken. Jedenfalls zeigte er weder Intäuschung noch Triumph. Er blickte konzentriert auf das Gesicht der toten Frau, hob die Augen nieder an und schaute in die Augen, öffnete noch einmal die Lippen und untersuchte die Zähne. Dann drehte er sich zu mir um und sagte, »Ihr gibt es etwas, das sich von allen Aufzeichnungen unterscheidet. Hier ist ein Doppelleben, das nicht so gewöhnlich ist. Sie wurde von dem Vampir gebissen, als sie in Trance waren, als sie schlafwandelte. Oh, sie wanken! Sie wissen das nicht, Freund John, aber sie werden es später erfahren. Im Zustand der Trance konnte er am besten kommen, um noch mehr Blut zu entnehmen. In Trance stirbt sie, und in Trance ist sie auch hohen Tod. Sie unterscheidet sich von allen anderen. Gewöhnlich, wenn die Untoten zu Hause schlafen!« Er machte, während er sprach, eine umfassende Wischbewegung seines Armes, um zu bezeichnen, was für ein Vampir zu Hause war, »Ihre Gesichter zeigen, was sie sind, aber dieses war so schön, daß sie, wenn sie nicht untot ist, in das Nichts der gewöhnlichen Toten zurückkehrt. Dort gibt es keine Bösartigkeit. Sehen Sie, und so fällt es mir schwer, daß ich sie im Schlaf töten muß.« Das ließ mir das Blut in den Adern gefrieren, und es dämmerte mir, daß ich von Helsings Theorien akzeptierte. Aber wenn sie wirklich tot wäre, was wäre denn so schrecklich an der Idee, sie zu töten? Er sah zu mir auf und sah offensichtlich die Veränderung in meinem Gesicht, denn er sagte fast freudig, »Ah, Sie glauben jetzt?« Ich antwortete, »Dringen Sie mich nicht auf einmal zu sehr, ich würde gerne zustimmen. Wie wollen Sie diese blutige Arbeit machen? Ich werde ihr den Kopf abschneiden und ihren Mund mit Knoblauch füllen, und ich werde einen Flock durch ihren Körper treiben.« Es ließ mich schaudern, wenn ich daran dachte, den Körper der Frau, die ich geliebt hatte, so zu verstümmeln. Und doch war das Gefühl nicht so stark, wie ich erwartet hatte. Ich begann in der That von der Gegenwart dieses Wesens, dieser Untoten, wie Van Helsing es nannte, zu schaudern und sie zu verabscheuen. Ist es möglich, daß Liebe vollständig subjektiv oder vollständig objektiv ist? Ich wartete lange darauf, daß Van Helsing begann, aber er stand wie in Gedanken versunken da. Plötzlich schloß er den Verschluß seiner Tasche und sagte, »Ich habe nachgedacht und mich entschieden, was das best ist. Wenn ich einfach meiner Neigung folgen würde, würde ich jetzt, in diesem Moment, thun, was zu thun ist, aber es gibt andere Dinge, denen wir folgen müssen, und Dinge, die tausendmal schwieriger sind, weil wir sie nicht kennen. Dies ist einfach. Sie hat noch kein Leben genommen, auch wenn es nach einer Zeit noch kommen kann, und jetzt zu handeln hieße, uns durch sie ständige Gefahr zuzuziehen. Aber dann müßten wir vielleicht Arthur warnen, und wie wollen wir ihm das sagen? Wenn Sie, daß Sie die Wunden an Lucys Hals gesehen haben und so ähnliche Wunden an dem Kind im Krankenhaus sahen, wenn Sie, daß Sie gestern Abend den leeren und heute vollen Sarg mit einer Frau gesehen haben, die sich nicht verändert hat, eher innerhalb einer ganzen Woche, nachdem sie gestorben ist, noch rosiger und schöner ist, wenn Sie davon und von der weißen Gestalt wissen, die gestern Abend das Kind auf den Friedhof gebracht hat, doch ihrem eigenen Sinn nicht glauben. Wie kann ich dann erwarten, daß Arthur, der nichts von all diesen Dingen weiß, glauben wird? Er zweifelte an mir, als ich ihn von ihrem Kuß abhielt, als sie im Sterben lag. Ich weiß, daß er mir verziehen hat, denn in einer irrigen Vorstellung habe ich Dinge gethan, die ihn daran hinderten, sich so zu verabschieden, wie er es hätte tun sollen, und er könnte denken, daß in einer noch irrigeren Vorstellung diese Frau lebendig begraben wurde, und daß wir sie im größten Irrtum von allen getötet haben. Er wird dann behaupten, daß wir es sind, die sie durch unsere Ideen getötet haben, und so wird er immer sehr unglücklich sein. Dennoch kann er sich nie sicher sein, und das ist das Schlimmste von allem. Und manchmal wird er denken, daß sie, die er liebte, lebendig begraben wurde, und daß seine Träume mit Schrecken über das ausmalen, was sie erlitten haben muß, und wieder wird er denken, daß wir vielleicht recht hatten, und daß seine so geliebte Frau doch eine Untote war. Nein, ich habe es ihm einmal gesagt, und seitdem habe ich viel gelernt. Nun, da ich weiß, daß das alles wahr ist, weiß ich hunderttausendmal mehr, daß er durch das bittere Wasser gehen muß, um das Süße zu erreichen. Er, der arme Kerl, muß eine Stunde Zeit haben, die ihm den Anblick des Himmels schwarz werden läßt. Dann können wir rundum Gutes tun und ihm Frieden senden. »Mein Entschluß steht fest. Lassen Sie uns gehen. Sie kehren für heute Abend nach Hause in Ihre Anstall zurück und sorgen dafür, daß alles in Ordnung ist. Was mich betrifft, so werde ich die Nacht hier auf diesem Friedhof auf meine eigene Art und Weise verbringen. Morgen Abend werden Sie um zehn Uhr zu mir ins Hotel Berkeley kommen. Ich werde auch Arthur kommen lassen, und auch diesen so feinen jungen Mann aus Amerika, der sein Blut gespendet hat. Später werden wir alle noch Arbeit zu erledigen haben. Ich komme mit Ihnen bis zum Piccadilly und speise dort, denn ich muß vor Sonnenuntergang wieder hier sein. Also verschlossen wir das Grab und gingen weg, überwanden die Mauer des Friedhofs, was keine große Aufgabe war, und fuhren zurück zum Piccadilly. Anmerkung Zurückgelassen von Van Helsing in seinem Portmanteau, Berkeley Hotel, gerichtet an John Seward, Medical Doctor. Nicht ausgehändigt. 27. September Freund John, ich schreibe dies für den Fall, daß etwas passieren sollte. Ich gehe allein auf den Friedhof, um zuzuschauen. Es freut mich, daß die Untote, Miss Lucy, heute Nacht nicht weggeht, damit sie am nächsten Morgen noch eifriger sein kann. Deshalb werde ich einige Dinge wieder herstellen, die sie nicht mag, Loblauch und ein Kruzifix, und so die Thür des Grabes versiegeln. Sie ist als untote Jung und wird darauf reagieren. Darüber hinaus sollen diese Dinge nur verhindern, daß sie herauskommt. Es kann sein, daß sie wirkungslos sind, wenn sie hinein will, denn dann ist die Untote verzweifelt und muß den Weg des geringsten Widerstandes finden, wie auch immer dieser aussehen mag. Ich werde die ganze Nacht von Sonnenuntergang bis nach Sonnenaufgang zur Verfügung stehen, und wenn es etwas zu lernen gibt, werde ich es tun. Für Miss Lucy oder vor ihr habe ich keine Angst, aber der andere, der Schuld daran ist, daß sie untot ist, mag in der Lage sein, ihr Grab zu suchen und dort Schutz zu finden. Er ist gerissen, wie ich von Herrn Jonathan weiß, und von der Art und Weise, wie er uns die ganze Zeit getäuscht hat, als er mit uns und Miss Lucys Leben spielte und wir verloren. In vielerlei Hinsicht sind die Untoten stark. Dieser eine hatte immer die Kraft von zwanzig Männern an der Hand, selbst gegen uns vier, die wir Miss Lucy unserer Kraft gegeben haben. Es ist überhaupt alles an ihm. Außerdem kann er seinen Wolf beschwören, und ich weiß nicht was. Wenn er also in dieser Nacht dort hinkommt, wird er mich finden, aber keiner anderer kann das tun, solange es nicht zu spät ist. Aber es kann sein, daß er den Ort nicht aufsucht. Es gibt nämlich keinen wirklichen Grund, warum er es tun sollte. Sein Jagdrevier ist wildreicher als der Friedhof, auf dem die Untote Frau schläft und der eine alte Mann ward. Darum schreibe ich dies für den Fall, daß … Nehmen Sie die Papiere, die bei dieser Notiz sind, die Tagebücher Harkers und den Rest, und lesen Sie sie. Und dann finden Sie diesen großen Untoten und schlagen Sie ihm den Kopf ab, und verbrennen Sie sein Herz oder treiben Sie einen Pfalin durch, damit die Welt sich von ihm erholt. Wenn das so ist, leben Sie wohl. Van Helsing Dr. Seward's Tagebuch 28. September Es ist wunderbar, was ein guter Schlaf für einen tun kann. Gestern war ich fast bereit, die ungeheuerlichen Ideen Van Helsings zu akzeptieren, aber jetzt scheinen sie anzufangen, als blutrünstige Empörung über den gesunden Menschenverstand vor mir zu stehen. Ich habe keinen Zweifel daran, daß er alles glaubt. Ich frage mich, ob sein Geist in irgendeiner Weise aus den Fugen geraten sein kann. Sicherlich muß es eine rationale Erklärung für alle diese mysteriösen Dinge geben. Ist es möglich, daß der Professor es selbst getan haben kann? Er ist ungewöhnlich klug, daß er, wenn er den Kopf verlieren würde, seine Absicht in Bezug auf irgendeine fixe Idee auf wunderbare Weise umsetzen würde. Ich hasse es, das zu denken, und in der Tat wäre es fast ein ebenso großes Wunder, wie das andere, wenn ich feststellen würde, daß Van Helsing verrückt wäre. Aber trotzdem werde ich ihn genau beobachten. Vielleicht kann ich etwas Licht in das Rätsel bringen. 29. September Gestern Abend, kurz vor 10 Uhr, kam Arthur und Quincy in Van Helsings Zimmer. Er erzählte uns allen, was er von uns wollte, vor allem aber wandte er sich an Arthur, als ob unser aller Wille in seinem konzentriert wäre. Zu Beginn sagte er, er hoffe, daß wir alle auch mit ihm kommen würden, denn, so sagte er, es gibt dort eine schwere Aufgabe zu erfüllen. Sie waren zweifellos überrascht über meinen Brief? Diese Anfrage war direkt an Lord Godalming gerichtet. Das war ich. Es hat mich ein bißchen verärgert. In letzter Zeit gab es in meinem Haus so viel Unruhe, daß ich auf weitere verzichten konnte. Ich war allerdings auch neugierig darauf, was sie meinen. Quincy und ich sprachen darüber, aber je mehr wir darüber redeten, desto verwirrter wurden wir, und bis jetzt kann ich sagen, daß ich mich ziemlich hilflos fühle, was die Bedeutung von irgend etwas angeht. »Ich auch,« sagte Quincy Morris lakonisch. »Oh,« sagte der Professor, »dann sind Sie beide dem Anfang näher als Ihr Freund John hier, der weit zurückgehen muß, bevor er überhaupt so weit kommt, daß er beginnen kann.« Offensichtlich erkannte er meine Rückkehr in meine alte zweifelnde Gemütsverfassung, ohne daß ich auch nur ein Wort gesagt hätte. Dann, als er sich den beiden anderen zuwandte, sagte er mit starkem Ernst, »Ich möchte Ihre Erlaubnis, heute Abend das zu tun, was ich für gut halte. Ich weiß, es ist viel verlangt, und wenn Sie erfahren, was ich vorhabe, werden Sie es wissen, und erst dann wissen Sie, wie viel verlangt es ist. Darum darf ich Sie bitten, mir ins Dunkel hinein zu versprechen, daß Sie sich im Nachhinein, auch wenn Sie eine Zeit lang böse auf mich sein mögen, ich kann die Möglichkeit, daß es es sein könnte, von mir nicht verbergen, nichts vorwerfen.« »Das ist jedenfalls offen,« unterbrach Quincy. »Ich werde für den Professor antworten, ich verstehe nicht ganz, was er vorhat, aber ich schwöre, er ist ehrlich, und es reicht mir.« »Ich danke Ihnen, Sir,« sagte John Helsing stolz, »ich habe mir selbst die Ehre erwiesen, Sie zu einem vertrauenswollen Freund zu zählen, und diese Unterstützung liegt mir sehr am Herzen.« Er streckte eine Hand aus, die Quincy annahm. Dann sprach Arthur aus, »Ich kaufe nicht gerne die Katze im Sack, wie man in Schottland sagt, und wenn es um meine Ehre als Gentleman oder meinen Glauben als Christ geht, kann ich ein solches Versprechen nicht geben. Wenn Sie mir versichern können, daß das, was Sie beabsichtigen, keinen dieser beiden Punkte verletzt, dann gebe ich sofort meine Zustimmung, obwohl ich um mein Leben willen nicht verstehen kann, worauf Sie hinaus wollen.« »Ich akzeptiere Ihre Einschränkung,« sagte John Helsing, »und alles, worum ich Sie bitte, ist, daß Sie, wenn Sie es für notwendig halten, eine meiner Handlungen zu verurtheilen, die Sie zunächst wohl bedacht und sich davon überzeugt haben, daß Sie nicht gegen Ihre Vorbehalte verstößt.« »Einverstanden,« sagte Arthur, »das ist nur fair, und nun, da die Vorgespräche vorbei sind, darf ich fragen, was sollen wir jetzt tun?« »Ich möchte, daß Sie mit mir, und zwar heimlich, auf den Friedhof von Kingstead kommen.« Arthurs Gesicht fiel herunter, und er sagte auf eine erstaunte Art und Weise, »Wo die arme Lucy begraben ist?« Der Professor verbeugte sich. Arthur fuhr dann fort, »Und warum dort?« »Um das Grab zu betreten.« Arthur stand auf. »Herr Professor, meinen Sie das ernst, oder ist das ein monströser Scherz? Verzeihen Sie mir, ich sehe, daß Sie es ernst meinen.« Er setzte sich wieder hin, aber ich konnte sehen, daß er fest und stolz saß als einer, der seine Würde nicht verliert. Es herrschte Schweigen, bis er wiederfragte, »Und warum in das Grab?« »Um den Sarg zu öffnen.« »Das ist zu viel,« sagte er, und er hob sich wütend wieder, »ich bin bereit, Geduld zu haben in allen Dingen, die vernünftig sind, aber in dieser, dieser Grabschändung von einem der«, er erstickte fast vor Entrüstung. Der Professor sah ihn mitleidig an. »Wenn ich Ihnen einen Schlag ersparen könnte, mein armer Freund«, sagte er, »würde ich das Weißgott tun, aber heute Nacht müssen unsere Füße auf dornigem Faden wandeln, oder später, und für immer müssen die Füße, die Sie lieben, auf Faden aus Flammen wandeln.« Arthur sah mit weißem Gesicht auf und sagte, »Passen Sie auf sich auf, Sir, passen Sie auf sich auf!« »Wäre es nicht gut zu hören, was ich zu sagen habe,« sagte Van Helsing, »und dann werden Sie zumindest die Grenzen meiner Absichten kennen. Soll ich fortfahren?« »Das ist fair«, fiel Morris ein. Nach einer Pause fuhr Van Helsing offensichtlich mit Mühe fort. »Fräulein Lucie ist tot. Ist es nicht so? Ja. Dann kann ihr kein Unrecht geschehen. Aber wenn sie nicht tot ist.« Arthur sprang auf die Füße und rief, »Guter Gott, was meinen Sie damit? Hat es einen Fehler gegeben? Ist sie lebendig begraben worden?« Er stöhnte in einer Angst, die nicht einmal die Hoffnung mildern konnte. »Ich habe nicht gesagt, daß sie am Leben ist, mein Sohn. Ich habe es nicht einmal gedacht. Ich gehe nicht weiter, als zu sagen, daß sie vielleicht untot ist.« »Undot? Nicht lebendig? Was meinen Sie damit? Ist das alles ein Albtraum, oder was ist es?« »Es gibt Rätsel, die Männer nur erahnen können, die sie Alter für Alter nur zum Theil lösen können. »Glauben Sie mir, wir stehen jetzt kurz davor, aber ich bin nicht weitergegangen. Darf ich der Toten Miss Lucy den Kopf abschneiden?« »Himmel und Erde, nein!« rief Arthur in einem Sturm der Leidenschaft. »Nicht für die weite Welt würde ich einer Verstümmelung Ihres toten Körpers zustimmen, Dr. Van Helsing. Sie gehen zu weit.« »Was habe ich Ihnen angetan, daß Sie mich so quälen sollen? Was hat das arme, süße Mädchen getan, daß Sie eine solche Schande auf Ihr Grab legen wollen? Sind Sie verrückt, daß Sie über solche Dinge sprechen, oder bin ich verrückt, Ihnen zuzuhören?« »Wagen Sie es nicht mehr, an eine solche Schändung zu denken. Ich werde zu nichts, was Sie tun, meine Zustimmung geben. Ich habe die Pflicht, Ihr Grab vor der Schändung zu schützen, und bei Gott, ich werde es thun!« Van Helsing erhob sich von seinem Platz, auf dem er die ganze Zeit gesessen hatte, und sagte ernst und streng, »Mei Lord Godalming, auch ich habe eine Pflicht zu erfüllen, eine Pflicht gegenüber anderen, eine Pflicht gegenüber Ihnen, eine Pflicht gegenüber den Toten, und bei Gott, ich werde es thun. Alles, worum ich Sie jetzt bitte, ist, daß Sie mit mir kommen, daß Sie schauen und zuhören, und wenn Sie später, wenn ich dieselbe Bitte vorbringe, nicht eifriger auf Ihre Erfüllung bedacht sind als ich, dann, dann werde ich meine Pflicht thun, wie immer sie mir auch erscheinen mag. Und dann, um dem Wunsch Ihrer Lautschaft zu entsprechen, werde ich mich zu Ihrer Verfügung halten, um Ihnen Rechenschaft abzulegen, wann und wo Sie es wünschen.« Seine Stimme brach ein wenig, und er fuhr mit einer Stimme voller Mitleid fort, »Aber ich flehe Sie an, gehen Sie nicht im Zorn auf mich hinaus. In einem langen Leben voller Taten, die oft nicht angenehm waren und die mir manchmal das Harz zerrissen, hatte ich noch nie eine so schwere Aufgabe wie jetzt. Glauben Sie mir, wenn die Zeit kommt, daß Ihre Meinung mir gegenüber ändern wird, ein Blick von Ihnen all diese so traurige Stunde auslöschen, denn ich würde alles thun, was ein Mensch thun kann, um Sie vor Kummer zu bewahren. Denken Sie nur nach, denn warum sollte ich mir so viel Arbeit und so viel Kummer aufbürden? Ich bin aus meinem eigenen Land hierhergekommen, um zu thun, was ich Gutes thun kann, zunächst meinem Freund John zu gefallen, und dann, um einer lieben jungen Dame zu helfen, die ich im Verschätzen gelernt habe. Für sie schäme ich mich, so viel zu sagen, aber ich sage es aus Fraglichkeit. Ich habe gegeben, was sie gegeben haben, das Blut meiner Adern. Ich, der ich nicht wie sie ihr Verlobter war, sondern nur ihr Arzt und ihr Freund, ich habe ihr meine Nächte und Tage geschenkt vor dem Tod, nach dem Tod, und wenn mein Tod ihr auch jetzt noch Gutes thun kann, wenn sie die Tote untote ist, soll sie ihn gerne haben. Er sagte dies mit einem sehr ernsten freundlichen Stolz, und Arthur war davon sehr betroffen. Er nahm die Hand des alten Mannes und sagte mit gebrochener Stimme, »Oh, es ist schwer daran zu denken, und ich kann es nicht verstehen, aber zumindest werde ich mit Ihnen gehen und warten.« Und ich habe orbiteriert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.